Das ist Hochelwitz, Dackenreis, Rostorn, Ferienwohnungen für die Mieten. Hochelwitz, da sind die Ferienwohnungen im Blattbaustil, super, das sind die doch, mit Hochelwitz und den Rest ist Quartart. Hier sind auch noch tolle Baume. Das ist der Frischmarkt. Krakow am See, Tetero, da waren wir schon. Das war Krakow am See, da waren wir hier. Wir waren auf Kupelwitz. Das war Krakow am See. 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 Watch this!